So, hier sind wir an Stand 2 und jetzt geht es an die Behandlung dieses Volkes. Bei allen anderen vier Völkern muss ich noch warten, weil ich bei einem Volk noch eine zusätzliche Zahl gebrauche, um die Behandlung im Liebig-Dispenser machen zu können. Und bei den anderen muss ich noch Schwammtücher kaufen. So, ich fange mal an. So, wie man sieht, ist ein schön volles Volk. Ich mache auch schon mal Pause. So, ich mache hier auf, auch einmal rein. Und dann sieht man auch schon, dass so schöne Völkchen... Ja. So. Auch hier ist kein Wildbau drauf. Oder wenig. Ja. So. Ich mache mal kurz den hier. Ja. So, auch hier kommt jetzt der Liebig-Dispenser drauf. Das Flugloch vorne muss da dafür offen sein. Und die Beute so eben wie möglich stehen. Ja. So. Jetzt fließt es von diesem Ding hier, von diesem Behälter hier in ein Reservoir unterhalb von diesem, von diesem Vlies. Sammelt sich dort für einen Moment und befeuchtet da damit das Vlies, das dann mit der Verdunstung beginnt. So. 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 Warum die Beute, wie viel verdunstet ist. Und alles gut. So. Folie jetzt oben drauf. Weil die jetzt im Moment nicht nötwendig ist. Deckel, fertig. Deckel, bitte. Fertig. So. Einmal behandelt. So. Borot. Vielen Dank.